hallo leute heute habe ich hier noctua lüfter und zwar die nfa 14 noctua fan serie a 14 cm die habe ich in zwei varianten flx und uln flx sind die varianten mit dem 3 pin stecker und uln ebenfalls drei pin stecker aber langsamer und leiser noctua lüfter sind ja immer sowas emotionales entweder man sieht sich an und denkt oder man kennt die farben und hat sie lieben gelernt ich gehöre tatsächlich zu letzteren naja für mein case ein fractal design argxl könnte ich mal ein paar neue lüfter brauchen zumal ich auch noch platz habe für einen weiteren 14 cm lüfter sehen wir uns das case im aktuellen zustand mal an vorne befinden sich zwei fractal design lüfter hinten aktuell einer da unten von be quiet ein pure wings 2 und oben am radiator sitzen drei aorus lüfter das ziel meiner aktion ist es jetzt die beiden gehäuse lüfter im innenraum auszutauschen gegen noctua lüfter außerdem wollte ich sehen wie die noctua lüfter sich im vergleich zu den ursprünglich verbauten fractal design lüftern verhalten und naja da habe ich mal ein paar tests gemacht aber sehen wir uns die zuerst mal an diese verpackungen haben hier tolle klappen vorne und hinten die jeweils einige informationen naja bieten und ein blick ins innere da haben wir einmal den lüfter selbst ein paar adapter zum beispiel von einem molex stecker auf die lüfter ein 30 zentimeter verlängerungskabel falls das recht kurze angebrachte kabel nicht ausreicht und dann ein low noise adapter mit dem man die drehzahl reduzieren kann und damit das ganz auch leiser bekommt bei der flx version gibt es zwei low noise adapter in verschiedenen stärken einmal low noise einmal ultra low noise dann gibt es hier die üblichen lüfter schrauben zum befestigen alternativ die noctua variante mit diesen gumminöppeln was sich außerdem in der verpackung befindet was man nicht übersehen sollte ist eine anleitung und hierin wird beispielsweise beschrieben wie diese gumminöppel angebracht werden das sind die konkurrenten die werkseitig verbauten lüfter von fractal design silent series r2 140 mm sie sind etwas einfacher gestaltet haben keine gummiauflagen die noctua lüfter sind was den farbton angeht natürlich etwas nostalgischer sie haben diese gummiauflageflächen um vibrationen zu verringern und die funktionieren nach dem ähnlichen prinzip wie diese gumminöppel zum befestigen was die verarbeitungsqualität angeht muss ich sagen dass ich tatsächlich überrascht war von fractal design als ich diese ausgebaut habe denn die fühlen sich echt nicht schlecht an sehr robust stabil auch die lüfterblätter fühlen sich gut an nichts wackelt nichts klackert und das nach vier jahren also für gehäuse lüfter die einfach mit dabei sind sind die echt schon vernünftig was sie nicht haben sind gummiauflageflächen oder sonstiges die noctua lüfter sind etwas feiner verarbeitet haben mehr kleine details und und natürlich die gummiauflageflächen ich habe vergleichende lautstärketests durchgeführt mit dem fractal design gehäuse lüfter sowie mit beiden varianten vom noctua nfa 14 und natürlich die so Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Was die Geschwindigkeit der Lüfter angeht, da bringt der Noctua NF-A14 UNL 800 Umdrehungen die Minute, der Fractal Design Silent Series R2 bringt 1000 Umdrehungen die Minute und der NF-A14 FLX bringt 1200 Umdrehungen die Minute. Was das in der Praxis bedeutet, habe ich mit einem weiteren Test durchgeführt. Ich habe einen Sack genommen und ihn einfach mal aufpusten lassen durch diese Lüfter und habe mal getestet wie lange das so dauert. Das ist natürlich eine herzlichst unwissenschaftliche Variante das zu testen, aber das sind meine Möglichkeiten 9 Sekunden 5 Sekunden 8 Sekunden In jedem Fall war ich erstaunt, wie flott jeder dieser Lüfter den Sack aufgeprustet hatte. Was wiederum bedeutet, wenn man mehrere dieser Lüfter im Gehäuse hat, ist die Luft im Gehäuse mit jedem dieser Lüfter innerhalb kürzester Zeit einmal komplett durchgetauscht. Zur Befestigung der Lüfter kann man diese Gumminöppel, diese Silikonbefestiger nutzen. Zunächst werden diese Gummibefestigungen durch das Loch im Gehäuse gezogen. Anschließend muss man den Lüfter aufsetzen und dann wird es etwas fummelig. Und dann wird hier dazwischen gegriffen und gezogen. Der Lüfter wird gegen das Gehäuse gedrückt und von der Gegenseite muss man ebenfalls drücken, damit es diesen Gumminöppel nicht wieder rauszieht. Und mit einigem Druck und Zug und etwas Geduld ist er irgendwann drin. Da muss man auch nichts abschneiden oder so. Das bleibt einfach so wie es ist. Man kann das auch wieder rückgängig machen. Kräftig ziehen. Und draußen ist es wieder. Ich mag diese Art der Befestigung. Manche mögen sie nicht und bevorzugen die klassische Variante des Schraubens. Eine weitere Sache, die mich überrascht hat, das ist der Stromverbrauch der Lüfter. Der Noctua NFA 14 ULN braucht laut Angaben gerade mal 0,48 Watt. Die FLX Variante liegt bei knapp unter einem Watt. Und der Fractal Design Silent Series R2 hat einen Stromverbrauch von 4 Watt. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied, gerade wenn mehrere Lüfter im Einsatz sind. Was ist mein persönliches Fazit? Der Fractal Design Lüfter ist echt nicht schlecht für einen Werkslüfter. Kann man wirklich nicht sagen. Aber die Noctua Lüfter sind tatsächlich einfach nochmal besser. Die FLX Variante vom NFA 14 ist stärker und die ULN Variante ist leiser bei gleicher Leistung. Und beide ziehen deutlich weniger Strom. Da sind die beiden Gehäuselüfter nun eingebaut. Der NFA 14 ULN befindet sich am Gehäuse-Controller für die Lüfter. Dabei ist aufgefallen, dass er in einer Einstellung von 5 Volt überhaupt nicht startet. Bei 7 Volt hat er Anlaufschwierigkeiten. Mal schafft er es, mal schafft er es nicht. Und bei 12 Volt dreht er richtig an. Anschließend ist es auch bei diesem Lüfter kein Problem wieder runter zu gehen auf 7 Volt oder 5 Volt. Er läuft dann weiter natürlich entsprechend langsamer. Hier ist dann zu merken, welchen Vorteil die Fractal Design Lüfter mit der höheren Stromaufnahme haben. Denn die schaffen es bereits bei 5 Volt problemlos anzulaufen. Hier ist es dann natürlich praktisch, die Noctua Lüfter direkt ans Mainboard anzuschließen, um dessen Controller zu nutzen. Hier kann man dann im BIOS einstellen, ab welcher Spannung das Ganze startet. Und damit laufen die Lüfter auch definitiv an. Wie man schon an meiner Tastatur sieht, ich stehe auf Vintage Farbtöne.